Eilmeldung. Schwärme von großen fliegenden Kreaturen ähnlich eines Flugsauriers gesichtet. Es wurde berichtet, dass Menschen in St. Wendel, Bayern und ländlich der tschechischen Grenze angegriffen wurden. Beamten raten den Bürgern zu Hause zu bleiben, bis diese Meldung bestätigt wird und die Kreaturen identifiziert sind. Bleiben Sie dran, wir werden Sie über neue Informationen informieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017